Tag liebe Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Alle gegen den Würfel, den Woody hier. Neunter Spieltag ist angesagt, aber wir schauen wie immer mal als erstes zurück. Ja und ich für meine Wenigkeit muss sagen, ich habe gerade mal das Minimalziel von 9 erreicht. Also 9.25 und hier der Woody, der hat mal wieder eine 21.10 geschafft. Hat er das X von Werder getroffen und diverses andere 21.10. Ja das heißt natürlich der Pate Bestwert, Saisonbestmarke 19.30 ist ad acta. Ja und es gibt aber Grund zur Freude, weil, weil, weil und weil, genau. Woodys Bestwert von 22.67 wurde geschlagen und das gleich kommt. 5 in der Top 5. Alle haben es geschafft und auf Platz 1 haben wir da. Sexy Anime mit 27.50. Da bleibt mir echt die Sprache weg. Das ist ein absoluter Topwert, absoluter Wahnsinn. Und ja Respekt, Gratulation, aber auch an alle anderen, die halt alle diesen Alltime Bestwert geschlagen haben von 22.67. Der nächste war Movie King 25.90. Glückwunsch! Auf Platz 3 jetzt gemeinsam Stefan Kerber und Adrian Kira je 24.85. Glückwunsch! Und auf Platz 5 Tim, der X-Experte, weil er hat alles auf X gesetzt und das gab eine 23.80. War diesmal halt auch eine akzeptable Strategie. Ja, ich finde es Wahnsinn. Wir haben es geschafft. Endlich ist der Woody nicht mehr an der Spitze. Und ja, müssen wir mal gucken, ob wir jetzt die 27.5 schlagen können. Wir gehen es trotzdem weiter an. Und ja, ihr dürft gerne alle wieder mitmachen. Hier unten im angepinnten Kommentar ist, ja, die Copy-Paste-Vorlage. Die kopiert ihr euch in freies Fett rüber. Und dann löscht ihr das, was ihr halt eben nicht denkt, so, dass ich klare Tendenzen von euch habe. Gut. Ja, da bin ich wieder. Hab mal eben schnell aufgeräumt. Und wir gehen direkt rein in die Tipps. Und da sind sie ja auch schon. Und, äh, also die Quoten sind schon da. Und die erste Partie ist am Freitagabend. Wölfel gegen Werder. Da gehe ich aufs X. Es heißt immer Freitagabends gerne 1-1. Die Bremer haben da zuletzt auswärts auch, glaube ich, gewonnen im Abstiegskampf. Das war ein guter Erfolg für die. Und, ähm, ja, die Wölfe sind sicherlich ambitioniert. Aber die Bremer, hm, ja, die finde ich gerade schwer einzuschätzen. 1-1 ist da bei denen gerade irgendwie naheliegend. Deswegen das X. Und eingeloggt der Woody zu der Partie. Ebenfalls das X. Gut, nächste Partie. BVB gegen Köln. Für mich eine klare Eins. Und, ähm, ja, da loggen wir auch schon direkt eine Wette ein. Und zwar den Handicap-Sieg des BVB. Da kriegen wir eine 1-6-5 für. Die nehmen wir so mit, weil wir denken, die Quote könnte eventuell noch fallen. Ja, der BVB, der bleibt im Lauf. Die Resultate stimmen. Auch gegen Brügge hatten wir ja das Handicap. Und das passte sehr, sehr gut. 3-0 kann ich mir heute auch sehr, sehr gut vorstellen. Beziehungsweise, ja klar, am Samstag. Aber aus heutiger Sicht natürlich stelle ich es mir vor. Haaland wird sich ja nicht geschont. Der ist im Lauf. Der hatte ja tatsächlich eine Länderspielpause. Weil Norwegen fanden ja gar keine Spiele statt. Deswegen ist der top erholt. Motiviert. Gallig sind sie. Der Zorc hat gesagt, ja, wenn es läuft. Wenn die Jungs gierig sind, dann lassen wir sie laufen. So ist das richtig. Also so hat er es in der PK gesagt. Absolut richtige Einstellung. Champions League sind sie ja auch quasi weiter. Fehlt, glaube ich, noch ein Punkt. Den kann man sich dann nächste Woche gegen Lazio holen. Also alles Töfte. Beziehungsweise in der anderen Partie kann sich es auch entscheiden, wenn sie da unentschieden spielen. Also die spielen weiter ihren Stiefel durch. Köln, ja, die haben so ihre Probleme. Union, das Spiel, das war ja auch nicht wirklich so. Dufte ganz am Ende haben sie noch einen Pfostenschuss hinbekommen. Da hätte das X noch klappen können. Ja, für mich ja auch letzte Woche. Aber nee, das gibt einen Handicap-Sieg. Also hier die 1 eingeloggt und die werde gespielt. Das sollte passen. Der Wudi zu der Partie. Auswärtssieg Köln. Interessant. Das wäre eine 13er. Gut. Leipzig gegen Arminia Bielefeld sehe ich ähnlich. Das gibt eine 1. Auch relativ easy. Sicherlich kein Tor-Festival. Obwohl, wer weiß, so nach der Champions League kann auch mal eine Reaktion kommen. Ja, aber vorne so da die Knipser-Qualitäten. Die fehlen da gerade noch. Die letzten Pässe wirklich am Fließband, in die Spitze, irgendwie so. Ja, die Automatismen fehlen da gerade in der Offensive. Deswegen denke ich ein 2-0 oder ein 3-0. Vielleicht schafft Bielefeld auch ein Tor. Und ja, aber klar die 1. Der Wudi zu der Partie. Erneut die 2. Trifft er die 2-2. Dann hat er 28. Das wäre ein neuer Rekord. Ich schließe es einfach mal aus. Aber man weiß ja nie. Manchmal hat dieses Viech ja magische Kräfte. Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt sehe ich derzeit halbwegs gleich stark. Deswegen habe ich mich da aufs X festgelegt und denke mal, ja, könnte ein interessantes Spiel werden. Und beide werden treffen. Ich habe mal so, ja, die Mutmaßung 2-2 könnte das ausgehen. Gut, der Wudi dazu. Ebenfalls das X. Dann haben wir Augsburg gegen Freiburg. Gibt es auch häufiger das X und deswegen nehme ich es auch. Die Freiburger müssen jetzt wirklich mal absolut aufpassen. Und ja, die spielen halt auch gerne 1-1 soweit um den Dreh gegen Augsburg. Deswegen halte ich das diesmal halt auch wirklich für möglich. Augsburg ja einen verdienten Arbeitspunkt da irgendwie noch in Gladbach bekommen. Verdient deswegen, weil Gladbach halt die Chancen nicht genutzt hat. Und ja, Augsburg bis zum Ende auch mit 10 Mann dran geglaubt hat. Guter Wille da. Und der Streich sollte den halt auch bei den Freiburger wecken. Freiburgern wecken. Und dann, ja, gebe ich dem X eine gute Chance. Der Wudi dazu sagt Heimsieg Augsburg. Dann haben wir VfB Stuttgart gegen Bayern München. Da habe ich lange überlegt, gehe ich auf den Bayern Sieg. Und ich habe mich am Ende dann doch fürs X entschieden, weil meine Gesamtsumme dann, ja, zumindest die minimalste aller Minimalchancen hat, diesen Rekord noch zu knacken. Ich brauche dafür alle Neune, aber irgendwie sollte man dieses Spiel ja auch so ein bisschen so angehen. Das wäre eine 7-0-Quote. Die finde ich schon sehr verlockend. Zudem, die Stuttgarter ja wirklich, was haben die da zu verlieren? Die spielen da top in der Liga, stehen top da, will ich eher sagen. Und, ja, die geben nie nach, beziehungsweise starten eigentlich immer vor Rios und am Ende lassen sie nach. Letztes Mal haben sie ganz am Ende noch den Ausgleich gefunden sogar. Deswegen, ja, mal gucken, wie die Bayern jetzt am Samstag drauf sind. Aber ein X könnten sie schaffen und die 7-0 ist eigentlich viel zu hoch. Ich wage da keine Wette, ich bin da jetzt flickgeschädigt, aber ich gehe da aufs X. Loggen wir es ein. Gut, der Rudi zu der Partie sagt sogar, natürlich, es war klar, der Heimsieg. Das wäre dann noch eine 8-5er nur dazu. Okay, lassen wir mal so stehen. Wir gehen in die Abendpartie. Gladbach gegen Schalke 04, da gehe ich auf die 1, weil bei den Schalkern ist ja auch wieder jede Menge Trubel angesagt. 3 suspendiert, die üblichen Verdächtigen halt, dann einen neuen Corona-Fall und, und, und. Es brennt der Baum, beziehungsweise er ist sauer, es hat Klartext geredet. Ja, da ist ein Riesendurcheinander. Vielleicht kommen ein paar Jungspunde da irgendwie auf den Platz, aber das wird nicht reichen. Gladbach ist gut eingespielt, hat Donetsk jetzt auch wirklich gut erledigt. Und diese Nummer da, wie gegen Augsburg, das wird nicht nochmal in einem Heimspiel, direkt im nächsten Heimspiel nochmal passieren. Wurden ja auch wirklich Chancen ausgelassen. Der Embelow hat jetzt ein Tor gefunden, der könnte auch knipsen. Ich sage, das gibt es ein 2 oder 3 zu 0 und deswegen loggen wir auch hier eine Wette ein. Und zwar den Handicap-Sieg der Gladbacher und der ist sehr gut dotiert mit einer 2.0-Quote. Ja, nehmen wir so mit. Wir denken, die Gladbacher gewinnen das 2 zu 0 oder 3 zu 0. Alles klar, der Wudi sagt zu der Partie, ja warum eigentlich? Ja, die Gladbacher sind gut eingespielt, die hat hier eigentlich doch einiges zu erzählt. Gut, der Wudi sagt, Auswärtssieg Schalke ist diesmal absolut für die Underdogs. Bayern 04, Leverkusen gegen Hertha BSC Berlin. Habe ich auch überlegt, gehe ich da auf 6, gehe ich auf die 1? Ich gehe auf die 1 in der Hoffnung, dass die Benders wieder dabei sind. Die fehlten ja jetzt im Europapokal. Und ja, halt die Geschwindigkeit, die die halt vorne an Kombinationsspiele auch schaffen können. Da waren sie ja, also die Herthaner waren da schon mit Dortmund überfordert. Leverkusen wird es ähnlich machen. Wird zwar ein enges Spiel, denkt man 3-1, 3-2, vielleicht auch nur ein 2 zu 1. Aber ich denke, Leverkusen wird halt allein wegen der Offensivkraft im Vorteil sein. Gut, der Wudi dazu sagt die 2. Hertha BSC Berlin gewinnt es. FSV Mainz gegen TSG, da gehe ich aufs X. Und ja, spielt Mainz zwar sauselten, aber ja, der Hoeneß hat halt auch ein paar Leute in der Euroleague geschont. Krameritz dürfte beginnen. Und Matheta auf der anderen Seite Top-Stürmer, deswegen erwarte ich da auch Tore. Ich sage mal so 2 zu 2. Ja, X glaube ich für beide Teams zum jetzigen Zeitpunkt ganz okay. Wird ein, glaube ich, attraktives Sonntagabendspiel. Gibt es ja nicht alle Tage. Und deswegen, ja, das X eingeloggt. Und der Wudi dazu sagt die 2. Hoffenheim gewinnt es. Gut, das war es schon. Ja, und macht gerne alle mit. Da unten sind freie Kommentarfilter. Macht die voll. Lasst gerne ein Däumchen hier. Abonniert den Kanal. Und dann noch zwei Hinweise. In der Beschreibung findet ihr zwei Links. Und zwar von Neobet. Ist ein Top-Anbieter aus Dortmund. Ich habe da in der letzten Folge, in der letzten Champions-League-Folge, ausführlicher drüber erzählt, wo die Vorteile bei denen liegen. Könnt ihr hier oben in der Infokarte nochmal anklicken. Und Fan-Team. Das ist ein Fantasy-Sports-Anbieter. Da habe ich auch ein kleines Video dazu gemacht. Könnt ihr auch hier oben in der Infokarte nochmal reinchecken. Und auch da gerne mal reinschnuppern. Gibt bei beiden halt ein Gratis-Angebot, wo man ganz unverbindlich mal sich rein spielen kann. Also nutzt das gerne. Schnuppert da mal rein. Hat auf jeden Fall beides Spaßmomente und auch durchaus Vorteile. Lohnt sich. Gut, dann sehen wir uns als nächstes wieder. Ich denke mit der Übertore-Challenge. Also haut rein. Viel Spaß bei eurer Tippabgabe. Tschö!